Kommen wir zu einem anderen Klassiker. Der Klassiker überhaupt ist wohl schlechthin die große Trommel oder auch Bassdrum genannt. Bietet natürlich auch wie viele andere Trommeln sehr viele Klangmöglichkeiten, allein durch die Stockauswahl, was sie da benutzen. Wir kleinen Einblick ins Bassdrum spielen mit einem etwas schweren Stock. Das machen wir nun. Der nächste Effekt wird auch Wirbel. Dann gibt es den Effekt Roots. Dann gibt es auch Koss. Oder auch so genannte Special Sound Sticks. Oder mit Holz. Somit ist hier sehr viel möglich am Bassdrum spielen. Natürlich kann man auch beim Bassdrum spielen den Rand benutzen. Das hat auch den Grund, dass viele Bassdrums auch sehr flexibel im Umgang mit wie positionieren wir die. Die klassische Bassdrum hängt auch im Freeride etwas höher, dass es auch anders ist. Diese, wie wir es speziell gemacht haben, Setup spielen. Setup spielen heißt, dass man auch im Stehen sollte sehr gut drankommen. Die klassische Bassdrum ist meistens etwas schräg montiert, sodass der Spieler von hinten sehr gut an seine Trommel drankommt zum Spielen. Und die klassische Bassdrum wäre in der Küche. Dann gibt es auch die Schmerz.